moin leute was geht mein name ist video gamescom auf der playstation 4 und heute spiele ich mal chat random und wir gucken mal wenn wir so treffen mal los hallo hallo ja hallo hallo hey bist du edward snowden oder was was machst du hier coole brille aus welchem land kommst du pakistan ja toll den haben wir denn da ja wer bist du denn hey sag mal montana bläcke scheiße und montana bläcke scheiße oh danke dankeschön ey toll super mann du sagst montana bläck 88 ist scheiße wieso wieso ist der scheiße ach drogen er kommt aus pakistan und kennt montana bläck 88 und er sagt montana black 88 die scheiße wegen drogen krass hätte ich jetzt nicht gedacht hey baller alles klar was hast du denn du hast du hier auf dem t-shirt was hast du dir auf dem t-shirt was amanda ist das ein einhorn nein es ist kein einhorn es war ein pferd hat hey salamu alaikum so kann man mal schnell weg machen oh was war denn das ist irgendwie mal zeigen zu urdu hey was geht ab so wir haben noch keine schwänze gesehen das ist komisch das kommt bestimmt noch dass wir hier noch ein paar schwänze sehen ausgereifte kolben aber sieht heute nicht so aus so machen wir mal einen stopp und machen die nutte hier weg und wir gehen mal auf ein anderes land und gehen mal auf das land deutschland Achtung da muss ich leider die kamera weg machen ja hat schon seinen grund gehabt ja das hat auch seinen grund hier dass ich die kamera weg mache und das hier hat keinen grund das ist dennoch aber total verschoben sieht er aus oh du chunky 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 ich habe total bläck 88 gefunden oh fuck alter was für ein glück digga ja meine fresse da haben wir sogar den monte getroffen oh oh monte monte was ist das für ein name monte alter warum nennst du dich wie ein joghurt alter ehrlich seitdem esse ich kein sort monte mehr ehrlich seit unglaublich klaut den namen von einem joghurt und von farbspraydosen nein 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 also youtube games kommt sagt auf jeden fall ciao leute bis zum nächsten mal heute bis zum nächsten vier und hauen rein ciao wenn ihr mehr sehen wollt sagt bescheid